Hallo und herzlich willkommen bei Worte am Sonntag, der Etymologie-Reihe von 2NodeTV. Heute Sonntag, 2. April 2023 und das mit 12 Stunden Verspätung. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist gesundheitliche Aspekte, andere sind familiäre Angelegenheiten. Und wiederum sind auch bürgerliche Verpflichtungen, Pflichten zu erledigen. Also heute absolute Deadline für die Steuererklärung, welche wir natürlich nachgeholt haben. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht, ob wir spontan das Wort Pflicht durchnehmen wollen, also Ad-Hoc-Meeting. Aber wir haben das dann dagegen entschieden, aus einem einfachen Grund, weil das steht auf der Liste, sollte irgendwo Mitte Jahr kommen. Und deswegen haben wir das so nicht gemacht. Wir sind nach wie vor auf dem Plan, also die ordentliche Reihenfolge, wie sie ursprünglich geplant ist, wollen wir beibehalten. Weil letztes Mal, als wir davon abgekommen sind, hatten wir etwas Chaos und das wollten wir nicht. Und so sind wir wieder auf Kurs. Und wir haben uns auch überlegt, ob wir heute ganz ausfallen lassen sollen oder nach aufnehmen. Und haben uns auch da dagegen entschieden. Deswegen sind wir hier und jetzt im Abend-Setup. Deswegen auch hier kein Oblicht, weil wir hier eher etwas heimlich unterwegs sind. Und ja, man sagt ja, Consistency ist key. Also die Konstante ist der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen wollten wir diese Episode euch nicht vorenthalten, weil wir auch der Überzeugung sind, dass wenn wir diese ausgesetzt hätten oder ausgelassen hätten oder vielleicht dann im Nachhinein noch nachgeliefert, dann wäre es das erste Mal, wo wir wirklich nicht an einem Sonntag ein Wort behandelt haben oder eine Zusammenfassung gemacht hätten. Und das wäre ja dann eigentlich ein Bruch sozusagen von unserem Neujahresvorsatz, wie man dann auch immer will sagen. Und wenn wir jetzt das erste Mal nicht gemacht hätten, dann gäbe es immer wieder Ausreden, auch künftig, um es eben nicht zu machen. Und das wollten wir nicht und darum sind wir hier. Und wir steigen ein. Es ist etwas anders als normal, weil die Vorbereitungszeit war sehr kurz. Wir hatten nur gerade mal so eine Stunde, eineinhalb, was für unser Verhältnis sehr, sehr wenig ist. Aber wir werden da bestimmt etwas Spannendes sehen. Und wir gehen gleich rein. Heute haben wir das Wort These und demzufolge auch automatisch Antithese und Hypothese. Etymologisch die These, die Behauptung zum Beweis aufgestellter Satz, Leersatz, Streitsatz, heute nach Grundsatz, Standpunkt, Ende des 16. Jahrhunderts entlehnt aus Lattalisch-Thesis, das Aufstellen, Behauptung, Ausspruch, aufgestellter Satz. Also wir haben wieder eine Behauptung, was wir jetzt gerade kürzlich durchgenommen haben, eine Aufstellung und heute vor allem auch als Grundsatz, Standpunkt. Der Stand hatten wir auch schon mal und der Punkt, wo man eben steht. Vorwiegend fachsprachlich in Philosophie und Wissenschaft, anfangs nur, späthäufig in gelehrter Sprache, noch im 20. Jahrhundert, in griechischer und latanischer Form Hypothese, Synthese. Schauen wir an. Hypothese. Hypothetisch. Hypothetisch, als Adjektiv, auf einer Annahme beruhend, fraglich, zweifelhaft, entlehnt, Anfang 17. Jahrhundert aus gleichbedeutendem Lateinisch, Hypotheticus, das von dem im 18. Jahrhundert zur Hypothese angedeutschten griechischen Hypothesis. Voraussetzung, Annahme, Unterstellung, auch lustig, Unterstellung hatten wir auch, dass die Behauptung verwandt ist mit Unterstellung und auch hier haben wir quasi die Herleitung dafür, dass das so ist. Einer Bildung zu einer Behauptung aufstellen, annehmen, voraussetzen, eigentlich darunter setzen, Stellen, legen. Das ist die Hypothese und die Synthese. Die Vereinigung, Zusammenfügung von Teilen zu einem einheitlichen Ganzen, entlehnt 18. Jahrhundert aus dem Lateinischen, Verbindung mehrerer zusammengehöriger Geschirrteile, Tafelgeschirr, Aufsatz. Also hier könnte man vielleicht grundsätzlich mal Verbindung mehrerer zusammengehöriger Teile so nehmen. Zusammensetzung, eine Mischung eines Heilmittels, wäre ja auch eine Form von Zaubertrank. Zusammensetzung, Stellung, Fügung, Zusammensetzen, Stellen, Fügen, Übereinkommen. Übereinkommen wäre auch so etwas wie an Agreement. Have the same opinion about something. Also dieselbe Meinung haben. Sätzen, Stellen, Legen, von These. Anfangs in der Wissenschaftssprache zuweilen, noch heute in Synthesis, seit dem frühen 19. Jahrhundert, wohl nach älteren französischen Synthese Descartes. Zusammenfügung, anatomischer Aufbau des Körpers, also das Zusammenfügen, das Zusammenkommen. Dann in der Philosophie, Bezeichnung einer erkenntnistheoretischen Methode, die die Teile des Erkenntnisvorgangs, also Wahrnehmung, Vorstellung, zu einer höheren Einheit zusammenfügt. Auch Kant, das ist so ein Philosoph oder sowas, Gegensatz, Analyse, speziell dialektische Aufhebung des sich durch These und Antithese ergebenden Widerspruchs. Hegel, da werden wir noch darauf eingehen, seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, auch im allgemeinen oben genannten Sinne, synthetisch, zusammengesetzt, verbinden, verknüpfend. Und synthetisch ist auch noch spannend. Synthetisch haben wir heute umgangssprachlich viel mehr im Kontext von künstlichen Kunststoffen. Also Plastik ist synthetisch, Gore-Tex ist synthetisch, sie ist künstlich. Und hier sehen wir eigentlich, dass es nicht, also schon künstlich ist, aber vor allem, weil da verschiedene Materialien zusammengesetzt werden, in einer Verbindung kommen, und so verknüpft wird, das ist das, was synthetisch ist. Und diese Gore-Tex, diese Plastik, sind alle heterogene Materialien. Und deswegen synthetisch nicht, weil es künstlich, also schon auch künstlich, durch diese heterogene Verbindungen, ist es künstlich, weil sie normalerweise diese Stoffe nicht zusammengehören, oder zusammenfinden in der Natur. Zur Einheit, Ganzheit verknüpfend, ganzheitlich darstellend, in der Chemie, auf chemischem Wege, künstlich erzeugt, hergestellt, das ist das, was wir gerade gesagt haben. Zum Zusammenstellen, Ordnen, gehörig, geeignet, geschickt, synthetisch, plural, auf chemischem Wege hergestellte, Textilrohstoffe, Gewebe aus Kunstfaser, Übernahme von amerikanisch, und englisch synthetisch, künstlich hergestellt. Wohl selbsterklärend. Dann hatten wir ja noch diesen Descartes, Descartes, der sieht auch sehr alt aus, 1648. Was war das für einer? Ein Philosoph, Mathematiker, Naturwissenschaftler. Des modernen, frühneuzeitlichen Rationalismus, bezeichnet philosophische Strömungen und Projekte, die rationales Denken, beim Erwerb und bei der Begründung von Wissen, für vorrangig oder für allein hinreichend halten. Damit verbunden ist eine Abwertung anderer Erkenntnisquellen, etwa Sinneserfahrung, Empirie. Spannend. Da kann man weiter nachlesen, wenn man will. Dann haben wir, die sind bereits durch, können wir schon bereits zur Überlegung, Übersetzung gehen, von These, die These, in anderen Sprachen. Klassisch wie immer, die These, die Thesis, das könnt ihr merken, weil wir werden da dann weitergehen. En français, la These, Die These, Die These, in español, la These, in englisch, antithese, antithesis, ist zu erwarten, und da können wir relativ zügig durchgehen, weil es ist bei allen Sprachen, also bei diesen, die wir hier aufgeführt haben, alle dasselbe, mit ganz kleinen Unterschieden vielleicht, aber sonst, das könnten wir vielleicht noch anschauen, Hypothesis, Hypothesie, Hypothesie, dann, die Hypothese des Wissenschaftlers stellte sich als richtig heraus, der Sprecher erläuterte seine Hypothese, werden wir gleich sehen, was das ist, Hypothese, Hypothese, Hypothesis, nach wie vor, dann, Hypothesis, Antinomia, mal schauen, was Antinomia ist, Contradiction or Opposition, also widersprüchlich gegensätzlich, especially between two laws or rule, Contradiction between principles or conclusions that seems equally necessary and reasonable, a paradox, the opposition of one law, rule or principle to another, Also, gegensätzliche Sachen, das wäre dann so wie die Justitia, Justitia, dumm gelaufen, ah, hier haben wir sie, ja, und man könnte fast meinen, Ist zwar eine optische Täuschung, aber man könnte meinen, dass da, wo sie die Augen offen hat, sind die Gewichte oder die Waage, die Waage nicht eben, aber eben eher eine optische Täuschung, Und da, wo sie die Augen verbunden hat, da ist es, und spannend auch hier zu beachten, wenn sie die Augen geschlossen hat, ist das Schwert nach unten, und wenn sie die Augen offen hat, das Schwert nach oben, rein symbolisch, von der Symbolik her, kann man da vieles erkennen, wenn man will, Ist aber nicht das heutige Thema, den Vergleich hatten wir, Thesaurus, wir kommen hier sehr zügig voran, Die These, Ansicht, Behauptung, Unterstellung, Annahme, Vermutung, Presumption, Hypothese, Es ist eine bloße Vermutung, reine Theorie, unbewiesene Behauptung, Thesis, an idea or opinion that is put forth in a discussion or debate, A hypothesis, an idea that is the starting point for making a case or conducting an investigation. Also können wir eigentlich schon sagen, das hier ist einfach mal so ein bloßer Satz, der einfach mal da reingeworfen wird, Und eine Hypothese ist schon ein Schritt weiter, wo man dann auch in Aktion tritt, diese Investigation. Es ist nicht nur einfach so, wir plattern mal ein bisschen, sondern man kommt in Aktion. Thesis, Contention, Supposition, Theory, Hypothesis, Opinion, Premise. Soweit schlüssig. Dann kommen wir auch schon zu den Überlegungen, respektive auch zur Vertiefung in die englische Sprache. Thesis in English. Unaccented syllable or note. Poetry later, more correctly stressed part of a metrical foot. Also wir sind hier wiederum zu faul. Wir nehmen Google zur Unterstützung. Thesis. Für diejenigen, die eine akademische Weiterbildung gemacht haben, die kennen das bestimmt als Diplomarbeit oder sogenannte wissenschaftliche Arbeit, ist auch eine Thesis. Und da macht man ja auch diese Thesis. Man stellt etwas in den Raum und macht dann eine Hypothese, die man dann in dieser Diplomarbeit beweisen oder auch widerlegen will. Unaccentuierte Silbe oder Note. Aus dem lateinischen Thesis. Unaccentuierte Silbe in der Poesie. An accentuierte Silbe. Stressed part of a metrical foot. Eben diese komischen Fremdwörter. Gegenteil von betonte, unbetonte Silbe. Besonders in der Musik. Man teilt sie in gute oder schwere, auf welche der Akzent fällt und schlechte und leichte und akzentuierte. Nur ist von selbst klar, dass diese Zahl schlechter nicht zu groß ist. Also wir haben hier eine leichte Verbindung zu gute oder schwere. Also schwer ist gut, welche auf der Akzent fällt, also wenn da ein Akzent vorhanden ist. Oder eine schlechte oder leichte. Und leichte in diesem Sinne wäre dann eben dieses unakzentuierte. Aber die Connection, das leicht und schlecht. Demnach wäre ja eigentlich auch die These leicht, schlecht. Eben weil es eine Behauptung ist. Es ist irgendwie noch schön zu sehen, dass sich das alles im Kreise dreht. Und wir wiederum bestätigt werden, dass das in sich schließt, das Ganze. Betonter Teil eines metrischen Fußes aus dem griechischen Thesis ein Vorschlag. Auch Downbeat in der Musik. Ursprünglich das Absetzen, ein Platzieren, ein Arrangieren, Positionieren Situation. Von der reduzierten Form der De-Sätzen. Der logische Sinn einer Formulierung vor einem zu beweisenden Satz wird erstmals in den 1570er Jahren aufgezeichnet. Die Dissertation eines Kandidaten für einen Universitätsabschluss stammt aus den 1615. That of dissertation presented by the candidate for university. Degree. Degree, agree. Ich muss kurz schauen, wie es da mit dem Stream ausschaut. Weil YouTube beklagt sich schon wieder. Dass da zu wenig Signal reinkommt. Und er hat auch bereits aufgehört. Vielleicht ist YouTube am Arsch. Vielleicht gibt es hier auf. Eine Dissertation, auch von Thesis. Es ist ein Dokument submitted in support of candidature für ein Academic Degree oder Professional Qualification. Presenting the author's research and findings. Research and findings. A lengthy formal 3Ds. Especially one written by a candidate for doctoral degree at universities. A thesis. A set of formal discourse. A written essay. 3Ds or disquisition. Also quasi ein Schriftstück, mit dem man etwas beweist oder widerlegt. Und dann lassen wir die noch auf. Antithese ist die Gegnerbehauptung. Also eine Antithese findet nur dann statt, wenn irgendjemand irgendetwas behauptet hat. Wenn jemand kommt und behauptet, der sei eine Kugel. Dann kommt jemand und behauptet das Gegenteil. Gegenbehauptung? Nein. Und natürlich auch mit Argumenten. Im Idealfall. Wir sehen gleich, dass YouTube wieder mitmacht. Dann Antithese. Gegenbehauptung einer These. Entgegengestellte These. Also These gegen These. In der Rhetorik. Teil einer Redefigur, in der ein Gegensatz besonders betont wird. Also das kann man auch in der Rhetorik. Also ein Gespräch, Streitgespräch, argumentative Gespräche, um Lösungen zu finden. Kann man da auch eine Antithese. Und da ist spannend, dass genau dieses Beispiel genannt wird. Hätten wir nämlich auch einige Stellen zu der These. Wir befähnen uns in einem Klimawandel. Die Antithese auf, dass dies nicht der Fall sei. Vielmehr alles mit natürlichen Schwankungen zu erklären sei. Ja, wer hat den Fehler gefunden? Der Fehler hier ist, dass es eben keine Antithese ist, weil es hätte heißen müssen. Die These, wir befähnen uns in einem menschengemachten Klimawandel. Und die Antithese wäre dann, dass dies nicht der Fall sei. Vielmehr ist es natürlichen Schwankungen zu erklären. Also die These, es ist menschengemacht. Die Antithese, nein, es ist natürlich. Aber so wie es da steht, ist das falsch. Denn Englisch Antithesis, Opposition, Contrast, originally in Rhetoric, the bringing of contrary ideas to terms in close of opposition. Das ist genau das in der Rhetorik. Opposition, ursprünglich in der Rhetorik. Das bringen gegensätzlicher Ideen oder Begriffe in engen Gegensatz. Das, was in rhetorischer Opposition der Contrast steht, aus dem späten Lateinertesis, aus dem griechischen Anti-Opposition Widerstand, wörtlich ein Hinstellen, auch ein Begriff in Logik und Rhetorik. Ick, werden wir nächstes Jahr noch anschauen. Substanz, die von Aktion entgegensetzen, entgegengesetzt. Der Begriff in der Logik, gegen, Anti ist gegen, to put place, stellen. Der erweiterte Sinn für direkte oder auffällige Opposition stammt aus den 16, 30er Jahren. Also hier sehen wir auch, da wo die Renaissance war, da hat man diese These, Antithese, Synthese promoted. Das, was das direkte Gegenteil ist. Und diese These, Antithese sieht man sehr oft auch eben, wie gesagt, in der Rhetorik, in diesen Diskussionssendungen, wie Arena, wo sie eben These, Antithese machen und am Schluss dann zum Ergebnis kommen. Man könnte dem auch sagen, Meinungsmache oder Grundlage zur Meinungsbildung, weil da eben beide Perspektiven im Gegensatz dargelegt oder dargestellt werden, damit wir als Zuschauer beide Seiten mitverfolgen können in der Argumentation und dann schlussendlich zu unserem Schluss kommen. Und wir werden später noch sehen, wenn wir den Hegelianischen anschauen, warum das gefährlich ist. Oder wenn wir wieder auf den Zauber zurückkommen wollen, wie denn dieser Zauber funktioniert. Dann Synthese. Hatten wir schon, müssen wir nicht nochmals wiederholen. Synthese, der Aufbau komplizierter chemischen Verbindungen aus einfachen Bestandteilen. Philosophie, Verbindung zweier gegensätzlichen Begriffe oder Aussagen, These, Antithese zu einer höheren Einheit. Und das wäre dann eben die Synthese, dass man da das Fußvolk quasi eine These ausstellt oder eine Antithese oder für das Fußvolk wird es zur Schau gestellt, damit dann eine höhere Synthese zustande kommt, was man ja eigentlich dann erreichen will. Philosophie, die so gewonnene Einheit. Und wir können hier auch Tendenzen feststellen, wenn es auf diese Einheit, diese Singularität hingeht. Zusammenfügen, verknüpfen, zusammenfassen, zusammensetzen, zusammenstellen. Dann gibt es Biosynthese, Chemosynthese und so weiter und so fort. Dann Synthese, Deductive Reasoning. Da das Fenster hier noch offen ist, wunderbar. Deduktives Denken. Reasoning, Denken. Aus dem Lateinischen Synthesis, Sammlung, Garnitur, Anzug, Zusammensetzung eines Medikaments. Zaubertrank. Aus dem Griechischen Synthesis, Komposition, ein Zusammenfügen. Und da ist auch spannend, eine Komposition kennt man auch von der Musik, wenn da jemand eine Komposition geschrieben hat und der Dirigent dann mit seinem Orchester die ganze Komposition inszeniert. Und was hat er in der Hand? Der Dirigentenstab, Zauberstab und das ganze Orchester beginnt nach seinem Zauberstab zu funktionieren. Zu setzen, zu platzieren, reduzierten Form der Tortenwurzel de. Verbindung von Teilen zu einem Ganzen, zu einem Ganzen. Also eine Zusammenführung, ein Verschmelzen von. Synth als Präfix. Wortbildendes Element, Bedeutung zusammen mit, gemeinsam, gleich, gleichzeitig. Also könnte man auch sagen, wenn... Früher, früher hatte man von Gleichberechtigung gesprochen, dann haben sie das gewerselt und nannten es Gleichstellung. Ich weiß nicht, wer das alles mitgekriegt hat. Und diese Gleichstellung ist eigentlich auch eine Synthese, eine Synthese, eine Zusammenführung der Geschlechter. Und das sieht man ja auch im Politikum, es geht ja wirklich nicht mehr um Gleichberechtigung, sondern es geht um die Synthese, die Fusion von Mann und Frau, respektive die Eliminierung vom Geschlecht. Okidok, dann Synthese hatten wir. Hypothetisch hatten wir auch auf einer Annahme beruhen, fraglich zweifelhaft. Hypothese. In der Wissenschaft unbewiesene Annahme, die noch eines Beweises bedarf. Also man hat vor, zum Beweise zu sammeln. Mutmassenunterstellung, nichts Neues. Hypothesis. Hypothesis. Eine bestimmte Aussage, ein Satz angenommen und als selbstverständlich angesehen, als Prämisse verwendet. Direkt aus dem spätlatanischen Hypothesis, aus dem griechischen Basis, Fundament, Grundlage. Daher im erweiterten Gebrauch, Argumentationsgrundlage, Vermutung, wörtlich eine Unterstellung, ein Unterstellen. Hypo, unter. Thesis, eine Platzierung. Also Hypo. Wenn Hypo unter ist, ist die Hypothese eine Unterstellung. Und eine Hypothek? Stellen, Logik, der engere wissenschaftliche Sinn, stammt ebenfalls wieder 1640. Hypo, wortbildendes Element mit der Bedeutung unter, darunter weniger, weniger als. In der Chemie eine geringere Oxidation. Oxidation ist die Verbindung mit Sauerstoff, Stickstoff. unter, 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 von oben, unten, in Richtung, und unter. Spannend. Hypothesis. Aber weil es ja eine Antithesis gibt, muss es ja zwangsläufig auch eine Prothesis geben. Etwas, das nicht gegen ist, sondern für die These. Demnach. Ein griechisches Wort, das im Englischen in verschiedenen Bedeutungen und Verwendungen verwendet wird. Aus dem griechischen Prothesis ist ein Stellen, was ist da los? Ein Stellen, ein Vorstellen, ein Vorstellen, schlecht übersetzt hier, eine Platzierung, also eine Platzierung vor irgendetwas, von der reduzierten Form Stellen, im kirchlichen Sinne, spannend auch hier wieder die Kirche, Vorbereitung der eucharistischen Elemente vor der Liturgie in der griechischen Kirche. Liturgie in the ecclesiastical sense, Preparation of the Eucharistie Elements before Liturgie. Na, spannende. Die Prothese. Dann Profi. Wortbildendes Element, das vorwärts, vorwärts, nach vorn, aber wir vermuten, dass das falsch übersetzt ist, es müsste Pro wie Pro-Thesis, also für, aber eben nicht für, sondern hier vorwärts, Proclaim, vorwärts behaupten, Proceed, vorwärts handeln, aber hier im Voraus, Prohibit, Pro-Wide, sich kümmern, Procure, Proconcel, und so weiter und so fort. Dann hatten wir, Die These auf Wikipedia, deutsch aufgestellter Satz, bezeichnet eine beweisende Behauptung oder einen Leitsatz. Die Gegenbehauptung kann eine Antithese sein, also sie spekulieren hier etwas, es kann, es muss aber nicht. Und Wikipedia sagt, Eine These ist ein Gedanke oder Satz, dessen Wahrheitsinhalt eines Beweises bedarf. Man muss es noch beweisen. Der Verfasser einer These behauptet die Wahrheit. Ist die These nicht haltbar, muss sie verworfen werden. Andernfalls kann an der These festgehalten werden. Okay, also macht es keinen Sinn oder irgendwie doch Sinn, wenn wenn die These nicht haltbar ist, muss man sie verwerfen. Andernfalls kann man sie festhalten. Ja, ist ja klar, wenn man sie haltet, dann hält man sie fest. Allgemein aufgefasst ist eine These eine Aussage, die das Wesentliche aus einem Komplex von Aussagen pragmatisch hervorheben bzw. zur Geltung bringen soll. Wenn eine These falsch ist, kann auch keine Art der Beweisführung sie begründen. Ja, macht auch Sinn. Wenn die Beweise nicht kommen, ist die These falsch. Die Beweisführung hängt von der Art der dazu geeigneten Regeln ab. Siehe hier unten. Also, wo immer Regeln auftauchen, hat irgendwer diese Regeln aufgestellt und alle müssen sich dann an diese Regeln halten. Es ist künstlich, es ist ein System und wenn man diesem System folgt, werden ganz bestimmte Abläufe gemacht oder erwartet oder besser gesagt, die Resultate werden erwartet und somit auch wiederum eine Art Kontrollsystem implementiert. Der Unterschied zwischen einem Theorem und einer These fällt in den pragmatischen Bereich der Lehre von der Aussage. Die Arbeitsthese ist eine vorläufig aufgestellte These. Also, man arbeitet daran und wenn man aufgehört hat zu arbeiten, ist diese vorläufige These wieder vorbei. Der Unterschied zwischen These, Theorem und Theorie soll nun anhand eines Beispiels dargestellt werden. Sind wir mal gespannt, Vicky. Theorie. Die mikroökonomische Theorie beschäftigt sich mit den Entscheidungen von und in Einzelwirtschaften. Verstehen wir gerade noch so knapp. Das Theorem innerhalb des Geltungsbildes Bereichs der mikroökonomischen Theorie formulierte Quasi das berühmte Quasi-Theorem. Es beschreibt, wie unter bestimmten Bedingungen der Theorie die Märkte mit externen Effekten umgehen. Okay, das können wir noch ein bisschen verstehen. Eine Theorie. A general proposition not self-evident but proved by a chain of reasoning. Also Denken. A truth established by means of accepted truth. Also ist dann kein Theorem. Ist nicht selbst evident. Also es kann sich nicht beweisen. Also demnach auch keine Wahrheit. Aber aufgrund von verschiedenen Kettenreaktionen oder Aneinanderkettungen von akzeptierten Wahrheiten gilt sie als wahr. Und es beschreibt, wie unter bestimmten Bedingungen der Theorie also da wären diese Abhängigkeiten diese Kette die Märkte mit externen Effekten umgehen. Das ist ja auch spannend wenn wir hier von Marktwirtschaft sprechen und in externen Effekten wäre hier heißen Effekts, Stocks and Bonds Also extern sind Triggerpunkte Man könnte auch sagen wenn wir jetzt von mikroökonomischen und Entscheidungen in Einzelwirtschaften sprechen das sind externe Effekte wie politische Entscheide dass wir jetzt Grünflächen zerstören um diese Solarpanels aufzubauen. Das wäre eher ein externer Effekt auf den Markt Also was passiert man geht Ackerland oder Grünflächen einzäunen um zu zäunen um zu bezwecken anstatt Weidefläche für Tiere macht man jetzt da alles platt und stellt diese Solaranlagen drüber und da gibt es bestimmte Bedingungen da wären die Gesetze die Maßnahmen die die Umsetzer und das folgt einer Theorie Schlecht erklärt aber ist auch typisch Wiki recht recht kompliziert man könnte viel einfachere Beispiele nehmen These ein anderer Wissenschaftler möchte nun auch ein gültiges Theorem entwickeln und stellt dazu eine These auf die er aber erst noch beweisen muss denn selbst die These an sich schon wissenschaftlich strittig ist beziehungsweise auf strittigen Grundannahmen aufbaut bildet er zuerst nur eine sogenannte Arbeitshypothese und das ist das was immer noch funktioniert und sie schreiben es da sogar noch wenn selbst die These an sich schon wissenschaftlich strittig ist also wenn sogenannte Experten oder sogenannte Wissenschaftler und Forscher behaupten dann ist es nur eine These und wenn die Wissenschaftler denken ist es immer noch eine These und wenn die Wissenschaftler glauben dann ist es eine Religion hat mit der Wissenschaft als solches gar nichts zu tun deswegen auch strittig aber wenn man sensibel ist sprachlich betrachtet oder in diesem Rahmen etymologisch betrachtet und man hört eine Aussage in einer Dokumentation wo sie sagen oder wo der Sprecher der Dokumentation sagt die Wissenschaftler glauben die Wissenschaftler denken die Wissenschaftler behaupten dann ist der Beweis noch nicht erbracht also wäre es ja falsch zu glauben dass diese Behauptung diese These wahr ist solange man noch nicht auf die Beweise gewartet hat und da kann man sich fragen okay ist es jetzt die Aufgabe der Wissenschaftler diese Beweise zu liefern und eigentlich müsste man sagen ja weil es ist ja eine sogenannte Arbeitshypothese aber wir können ja auch selbst diese Forschung diese Recherche betreiben um selbst die Beweisführung zu machen und dazu braucht es eigentlich nicht unbedingt einen Wissenschaftler oder einen weißen Kittel zu haben um sich qualifiziert dafür zu finden weil eigentlich genügt es eigentlich genügt es wenn man lesen und schreiben kann etwas selber denken ein Verständnis hat logisch rationales Denkvermögen ist sicherlich gut hatten wir ja da mit diesem René der den Rationalismus geführt hat und eigentlich auch aufstellt dass man mit den Sinnen nicht empirisch arbeiten kann oder ja obwohl auch mit den Sinnen kann man arbeiten dann kommen wir zum Eingemachten im Projektmanagement 10 Thesen warum zum Zusammenspiel von Theorie und Praxis also wir sind hier jetzt nicht gerade direkt in der These aber hier ist die Wesselwirkung von Theorie und Praxis ein Thema und hier schreibt der Autor dieser Stephen Hagen 10 persönliche Thesen zu dieser Thematik Problemstellungen in der Praxis können mit guter Theorie wesentlich effizienter und effektiver gelöst werden also Problemstellungen der Stand Problemstand muss effektiv und effizienter gelöst werden und das mit guter Theorie Gute Theorie ist nichts anderes als verdichtete Praxis Best Practices wie gesagt ist eine These eine Behauptung Theorie muss immer durch Menschen in die Praxis übersetzt und übertragen werden sonst ist sie komplett wirkungslos das würden wir auch unterschreiben eine Theorie ist und bleibt eine Theorie bis man sie in die Praxis umsetzt ein Großteil der Projektmanagement Literatur ist Theorie trotzdem kann sie einem enormen praktischen Nutzen entfalten und das ist genau das was er ja oben gesagt hat man kann all diese Bücher lesen und studieren man kriegt eine Idee wie das Ganze soll funktionieren aber effektiv wissen tut man es ja nur wenn man es auch umsetzt wenn man es selber macht selber die Erfahrung macht Theorie muss gezielt sinnvoll und dosiert angewendet werden in vielen Fällen führt ein zu viel an Theorie nämlich an Ineffizienz und Stagnation ja das können wir so ebenfalls unterschreiben wenn in den Zeitungen nur hypothetisiert wird aber nichts geliefert keine Fakten keine Tatsachen dann ist es ineffizient und Stagnation im geistigen Sinne passiert bei den Leuten die diese Zeitungen lesen oder allgemein diese Medien konsumieren und warten auf Lösungen werden wir dann noch sehen wie das funktioniert dann hat dieser Noam Chomsky der ist bekannt und berühmt Thesen zur Theorie der generativen Grammatik Linguistik befriedigend gut beschreiben durchschnittlich erhaltenes Buch haben wir da nicht selber weiter vielleicht finden wir es noch dann die These in der Schule sollte es mehr Sportunterricht geben weil Argument 1 Argument 2 Argument 3 ein Beispiel durch Sauerstoff zuvor kann man kann sich besser auf das anschließende Mathe konzentrieren die Schüler freuen sich auf die erste Basketball Turnier es fördert die Durchblutung und den Stoffwechsel also man behauptet der Sportunterricht sei gut man muss mehr haben weil und dann mit einem Beispiel das ist eine logische rationale Herleitung was diese These unterstützt und dann hat man auch die Basis dazu darauf aufzubauen diese Kenntnisse oder dieses Wissen dann auch zu holen also man macht dann mal einen Sportunterricht und schaut dann ob die Durchblutung angeregt wird ob der Stoffwechsel angeregt wird ob die Konzentrationsfähigkeit nach dem Sportunterricht wirklich höher ist als vor dem Sportunterricht das ist beweisbar empirisch die klassische Hypothesen Prüfung weitere Literatur die man sich anschauen kann hier vor allem spannend die sind vor dem Zweiten Weltkrieg also sehr wahrscheinlich noch vertrauenswürdig dann hat auch Kant Kant ist so ein was ist das ein Psycholog oder ein Philosoph eine Theorie der Synthesis zu einem grundlegenden Gedanken der kritischen Philosophie haben wir nicht gelesen aber sehr wahrscheinlich ist das herunterladbar ist sicherlich spannend weil Kant ist an sich ein bekannter Name Theorie of sind die temporär down nein da gibt es schon ein paar Bücher eine sogar auf Deutsch die Lehre der Session hat nichts mit Kant zu tun müsste glaube es Emanuel Kant sein Emanuel Kant Emanuel Kant ist ein Deutscher von Prussia Preußen war war ein deutscher Philosoph und der Aufklärung eben dieser Renaissance sowie unter anderem Professor in Logik Metaphysik abendländischen Philosophie Kritik der reinen Vernunft wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt wie Ethik Philosophie Kritik dann ist Emanuel Kant definitiv eine Adresse die man nicht missen will dann die Theorie und Hypothesen die Hypothese ist ja dann der Arbeits Arbeitshypothese und die Theorie haben wir jetzt gar noch nicht wirklich betrachtet was denn das wirklich ist aber man kann eine Hypothese kann man prüfen und hier in diesem Beispiel ist die Prüfung fehlgeschlagen und kann daraus eine Theorie ableiten warum diese These falsch ist dasselbe geht aber auch in die andere Richtung man kann eine Theorie eine Hypothese prüfen positiv und daraus eine andere Theorie ableiten Hypothesen Unterschieds versus Zusammenhangshypothesen also man kann Gemeinsamkeiten suchen sammeln oder aber auch genau das Gegenteil Unterschiede man will die Unterschiede identifizieren können um dann eben eine bestimmte Theorie zu machen Gerichtete gegen ungerichtete Hypothesen also eine gerichtete spezifische unspezifische aber so mal etwas Überführung in statistische Hypothesen das haben wir irgendwo von Slidesurf Berü Berführung in statistische Überführungen ja dann kommen wir langsam zu diesem Hegels Dialektik Hegelianische Dialektik Es gibt eine These ein subjektiver Geist dass da Feuer ist und wenn Feuer mit Wasser was ja eigentlich eine Antithese ist etwas Gegensätzliches zum Feuer weil das Wasser kann das Feuer ausmachen aber wenn diese in Synthese gelangen dann entsteht Dampf absoluter Geist Weltgeist Hegels Grundprinzip Beispiel Natur und Geist jetzt wird das abstrakt die Hegels Dialektik die Thesis also irgendeine Behauptung geht rein und man stellt eine Antithesis auf diese Antithesis kann wie wir vorgesehen haben eine positive Befürwortung geben mit Gegenargumenten aber man kann auch Gegenargumente bringen also diese Antithesis um eben genau das Gegenteil zu beweisen und das kann in Werselwirkung passieren und am Schluss kommt dann irgendein Ergebnis heraus die Synthesis und ebenfalls diese Synthesis ist gleichzeitig wieder eine neue Thesis oder kann als eine neue Thesis verwendet werden und das Ganze begegnet von vorne also wir sehen hier zwar etwas schlecht dargestellt ein Zyklus ein Kreis Lauf welcher grundsätzlich kein Anfang und kein Ende hat was auch einer Marchettenreaktion entspricht oder wir könnten auch sagen Ursache Wirkung und jede Wirkung hat eine Ursache und jede Ursache hat zwangsläufig eine Wirkung und diese Wirkung ist wiederum eine Ursache für weitere Wirkungen entspricht mit dem selben Prinzip dann Hegels Philosophie also da ist auch ein Philosophisch da haben zwei Typen da zusammengestellt wir gehen hier nicht alles rein aber hier gibt es ja was ist das eine MP3 Datei werden wir wie gewohnt in den Links verpacken könnt ihr da selbst reinhören reinschauen und hier etwas Metainformationen über diesen Hegel 1770 geboren und dann 1411 tot das wäre vielleicht noch spannend wie dieser Hegel zum Vornamen hieß hier sehen wir auch die Zeitgenossen Immanuel Kant hier sind alles große Namen die man kennt Goethe Mozart Schiller Kotzbude Schleiermacher Napoleon er lebte in einer spannenden Zeit würde man sagen und jetzt wollen wir mal kurz schauen wie denn dieser Typ zum Vornamen hieß Hegel Hegel George Wilhelm Friedrich Hegel oh der sieht ja aus jetzt sind wir mal gespannt ob es Bilder gibt von ihm wo er eine Hand versteckt wie es Napoleon tat und man könnte meinen dass er gerade so auf dem Weg da war oder raus aus dem Mantel also einfach so nicht hinten hinten scheint es nicht zu geben aber vielleicht können wir hier auch etwas kürzen und sagen da die eule nicht dass wir zu zu viel zeit aber marxisten sind ja jetzt nicht unbedingt lebensfreunde aber was wir gerne herausgefunden hätten so auf die schnelle ob er verbindungen zur freien rei hat er hat selbst einen kult aufgebaut was ja eigentlich eher nicht jeder einfach so machen kann und dann noch weltberühmt wird together they read the Greek tragedies and celebrated the glories of the French Revolution also sie waren befürworter der französischen Revolution kann man auch darauf begründen dass halt die Zeit in der man gelebt hat viele die mit etwas nicht zufrieden sind wollen eine Revolution aber Revo Re wieder Evolve fließen wieder in Bewegung kommen er war in Bern in der Schweiz ok ja auf jeden Fall ein spannender Charakter da kann man sich noch Zeit Zeit verbringen wir könnten da auch fragen Jew war ein Jew the Jews were slaves to the Mosaic Law leading he begins by sketching the essence of Judaism which he paints in the darkest color aber anscheinend auch noch ein Zeichner ok Jew Mason Eden ok gut haben wir den Hegel dann was haben wir hier Hegel and the Hermetic Tradition God is God only so far as he knows himself his self knowledge is further a self consciousness in man and man's knowledge of God which proceeds to man's self knowledge in God is so etwas wie ein Schwanz bei so aber eigentlich könnte man sagen mit etwas Fantasie vielleicht steht hier dass wir Gott erschaffen haben nicht Gott uns Hegel as hermetic thinker Hegel is not a philosopher he is no lover of seeker of wisdom he believes he has found it he writes in the preface to the phenomenology of spirit to help bring philosophy closer to the form of science to the goal where it can lay aside the title of love of knowing and actual knowledge that is what I have to set before me also er war ein hermetiker hermetiker ist so ein Glaubens Richtung oder ja hermetism ism hermetism ist hermetismus hermetizismus hermetik ist die neuzeitliche Bezeichnung für die Antike vor allem in der Renaissance stark nachwirkende religiös philosophische Offenbarungslehre der Name bezieht sich auf die mythische Gestalt des Hermes Trismegistus des Dreifachen des größten Hermes der als der Wissens Wissens Spender galt dabei handelt es sich um eine ägyptische Hellenismus Janus wird der Epoch der antiken griechischen Geschichte von Regierungs Antritt Alexanders Großen bis zur Einverleihung des ptolemäischen Ägyptens der letzten Hellenianischen Geschichte entstandene Syncretistische Verschmelzung Syncretismus Bezeichnung Bezeichnet die Synthese von Ideen oder Philosophien zu einem neuen System oder Weltbild der Begriff wird besonders in der Religionswissenschaft der Psychotherapie Forschung Ah da gab es ein Kommer der in der Religionswissenschaft der Psychotherapie Forschung aber auch in der Linguistik und Literatur Wissenschaft angewendet sehr spannend des griechischen des griechischen des griechischen Gottes Hermes mit Tod der in der griechischen Mythologie und Religion der Gott der Weisheit und der Wissenschaft ist allerdings scheint Hermes in manchen Texten nicht als Urheber der Offenbarung sondern als deren menschlicher Empfänger und Verkünder Da kann man sich reinlesen sehr zu empfehlen und da gibt es auch die sieben hermetischen Prinzipien The Principle of Mentalism The All is Mind The Universe is Mental The Kybalion Das Ky Ba Li On The Principle of Correspondence Ich werde das hier noch aufnehmen damit wir das dann in den Quellenangaben haben für diejenigen die da mehr wissen wollen Okay wir kommen zurück also Hegel war Hermetiker Writings of Hermes das heißt Alchemie Kabbalismus Lullismus und Mysticism of Eckhart und Cusa Klingt eher nach einem Rabbitone aber definitiv spannende Themen mit welchen er sich eigentlich auseinander gesetzt hat und vielleicht diese hegelianische Dilektik Oh das falsche diese sieben The Principle of Correspondence As above so below as below so above the Kabbalion Wie kann man das anwenden Applying this law is all about understanding your connection to the world around you and how you are showing up for yourself and universe through your thoughts and subsequently your action Also when thoughts here for the action steht dann ist das selbsterfüllend the all is mind also alles ist mental alles ist geistig also man denkt wir denken geistig und daraus folgt dann eine action when we have firm grasp on how they are interacting with life and how it affected us we can recognize and break patterns live in alignment with our highest good and feel harmonious with everything there is also das ist dank zu deutsch das Gesetz der Resonanz oder vielleicht auch nicht Polarity da Korseneffekt Das ist das was ich gesucht habe the principle of cause and effect Ursache und Wirkung every cause has its effect every effect has its cause everything happens according to law chance is but a name for law not recognized there are many planes of causation but nothing escapes the law the Kbalion when something doesn't go as planned or you find yourself unhappy ask yourself what was the cause many times we find ourselves reacting to world around us trapped in the back and forth of reaction to our circumstances rather than forging our own path when we take action to get the effect we want we move from feeling like a victim to feeling empowered raus going in the world come then that whole back back what we had before with the principle of correspondence also wenn ich eine gute tat mache dann muss ich ja im inneren schon gut sein es geht nach außen es wird im außen wahrgenommen von anderen und sie widerspiegeln das correspondence und gutes kommt wieder zurück steht eigentlich auch in der bibel jesus wo tu gutes dann wird dir gutes getan ist im Ende effekt dasselbe zu empfehlen da weiter rein zu gehen und dann hegel social and political philosophy the place of freedom and right ja wir gehen jetzt hier da nicht durch aber hier kann man sich vertieft mit ihm auseinandersetzen dann gibt es hier einen audio vortrag das hatten wir vorhin schon mal kurz wo diese audio files verlinkt sind können wir auch empfehlen sich mit ihm ernsthaft auseinander zu setzen und er geht deswegen weil er hermetiker ist auf die logik geist und natur ein und wir sehen hier ein großes dreieck und innerhalb dieser dreiecke also dieser dreifaltigkeit gibt es weitere dreiecke und dann noch weitere dreiecke und dann noch weitere dreiecke sehr sympathisches bild dann die idee die hegelianische idee könnte man so sagen es gibt logik es gibt die natur und den geist spirit die logik ist das sein die essenz die notation die notion die natur ist alles was irgendwie physisch organisch oder mechanisch ist also das materielle und der geist ist subjektiv aber es gibt auch einen objektiven geist und den absoluten geist und den subjektiven war es als subjekt als subjekt was was ist subjekt subjekt der deutschen grammatik satzglied bezeichnet in der sprachwissenschaft eine grammatische funktion eines satzteils für den gesamtsatz also ein subjekt ist hat eine funktion anthropologie phänomenologie psychologie ist hier anzusetzen objektiv wenn es nur um das objekt geht gesetz moral ethik spannend vor allem die beiden da moral und ethik und dann kommt aus den ethik family gesellschaft der staat die absolute der absolute geist ist die kunst religion philosophie ok und dann hier oben das sein quality qualität quantität measure being determinated being for self being nothing becoming also das werden das sein und das werden darum fragt man ja auch immer die kleinen kinder was willst du denn mal werden und wenn wir wieder von der zauberei sprechen heißt ja das eigentlich wenn man das kind fragt was willst du mal werden heißt ja das im umkehrschluss es ist jetzt nichts und ja die essence die essence appearance actuality also wie präsentiert man sich notion subjektive und objektive notion die id das leben cognition absolute idea was man so genommen hat und dann hier haben wir die theses in history also history quasi einen zeitlichen verlauf dann die theses und die antithesis die antithesis die negierte form von theses negation of negation theses synthesis also aus dieser theses und antithesis gibt es eine synthesis und diese synthesis ist wiederum mit einer antithesis theses gegenübergestellt wird zur synthesis theses wiederum antithesis das ist eben dieser kreislauf jetzt hier als treppe dargestellt synthesis und dann irgendwann dann in der zeit sense certainty start here and now also irgendwo muss man dann mal etwas machen dann kommt die wahrnehmung und dann kommt die kraft und das verstehen und wir wollen das mal etymologisch so nehmen die kraft und das verstehen dann die hegelien dialektik und jetzt wird es spannend wir werden eines tages noch ein video machen wo wir da deutlicher und tiefer reingehen weil wir das ins weltgeschehen adaptieren wollen so dass im rahmen einer rambling session einen schluck wasser also der hegel hat sich mit der politik und sozialwissenschaften auseinandergesetzt oder philosophisch damit auseinandergesetzt und daraus entstand dann diese berühmt berüchtigte hegelianische dialektik zu deutsch oder hegelian dialektik im politischen sinne ist es einfach so dass wenn man die theorie nicht die theorie die die politik anschaut dann ist es ja so dass sie tendenziell weit in die zukunft planen denken weil wenn man wenn man den start wenn man den start als schiff betrachtet also ein riesengroßes schiff größer als die titanic dann hat es da so einen captain der sitzt meistens auf der brücke dann gibt es einen zweiten commander on deck dann gibt es den typen der das steuerrad bedient jemand der durch dieser sprechrohr runter in den maschinenraum kommuniziert irgendwo gibt es den gucker der auf dem mast sitzt oder früher zumindest mal auf dem mast saß um nach land ausschau zu halten oder nach piraten was auch immer und natürlich all diese leute die unten im maschinenraum sind die kohle umher chauffieren und die dampfofen in betrieb halten grundsätzlich und man stelle sich vor dass dieses riesengroße schiff eine sagen wir mal 90 grad wende machen will und damit diese 90 grad wende ordentlich funktioniert muss da vieles passieren viele einzelne arbeitsschritte müssen super ineinander harmonieren damit eine effektive schöne 90 grad wendung gemacht werden kann also auf see natürlich keine eckige kurve aber ein schöner verlauf 90 grad kurve und dazu braucht es eine entscheidung vom captain der spricht diese entscheidung auch aus den befehl den die aufgabe und dann fängt das ganze rössle spiel an der second commander on deck wiederholt den befehl damit alle die ihm untergebenen anfangen ihre dings zu machen und der der runter schreit in den maschinenraum da gibt die den kommando und die da unten die müssen dann entsprechend agieren dass dass die ofen nicht mehr weiter beliefert werden und dass der dampf dann drin bleibt und nicht in den maschinenraum geht um die motore anzutrieben wie auch immer wir sind ja hier kein captain wir wissen nicht wie ein schiff funktioniert was wir hier deutlich machen wollen ist mehr dass wenn so ein großes schiff einen 90 grad dringung braucht dann braucht es gute vorbereitung alle müssen gut angespielt sein und das passiert in der politik das passiert im staatswesen dass wenn wir dahin will es gibt ja diese agenda 2030 agenda 2045 agenda 2021 ist schon durch das ist schon implementiert und ja das plant man weit voraus und es braucht diverse verschiedene punkte damit diese agenda schlussendlich auch pünktlich fertig wird und wenn da eben agenden oder agenda wenn da etwas gemacht werden will vom staat aus oder man müsste sagen der staat wird benutzt oder missbraucht um diese agenda durchzuführen wie zum beispiel diese sogenannte neue weltordnung one government one money one religion one was auch immer was das wäre die agenda und um dahin zu kommen muss einiges geschehen und wenn man davon ausgeht dass das commitment von den leuten nicht da ist muss man eben etwas inszenieren dieses theater von dem wir anfangs kurz angesprochen haben muss muss eine geschichte erzählt werden es muss eine geschichte erzählt werden damit die leute diese geschichte im einfachsten sinn versteht und etwas damit anfangen kann kognitiv und wenn es das dann tut dann ist die akzeptanz größer oder man hat einen dialog eine debatte so wie man es in arena kennt und werden wir sehen reiner wie heißt reiner mesmer bergsteiger klimakleber hatten wir heute natürlich finden wir es nicht im öffentlichen verkehr ist ja immer diese rein holt heißt er diese mainstream tafel werbeding und da hat er argumentiert oder gesagt dass er die klimakleber nicht befürwortet sondern man soll durch erzählung und durch wissenschaft das an die leute heranbringen und die erzählung ist natürlich schon relevant damit dann eben diese thesis ist ja die erste erzählung manufactured terrorist attack das hatten wir gesehen mit 9-11 mit diesen shootings die da in amerika immer wieder passiert ist ja auch spannend bei welchen präsidenten meistens oder oft diese mass shootings passieren damit sie dann eben gesetze implementieren können um schwerer an waffen zu kommen und geistige kontrollen zu machen was wir hier in der schweiz grundsätzlich haben eine prüfung ob jemand überhaupt qualifiziert ist eine waffe zu ordern und zu tragen was in gewisser weise sinn macht und trotzdem geht jeder der bei uns ins militär geht wir haben ja eine miliz da geht jeder und jeder kriegt eine waffe in die hand gedrückt unabhängig davon ob er geistig geprüft wurde oder nicht und diese waffe geht ja dann auch nach hause ja auf jeden Fall es gibt eine Agenda einen Maßnahmenkatalog was man durchführen will damit diese akzeptiert wird muss eine Geschichte erzählt werden eine Behauptung eine Gefahr also hier in diesem Beispiel und dann muss es eine Antithesis geben repressive police state repressive repressive causing or inclining to cause repression having power tending to repress also geht es hier darum dass sie mehr zum polizestaat werden also polizeistaat werden das sehen wir aktuell in frankreich paris vor allem wo da diese gelbwestler und andere gruppierungen da unterwegs sind und die pariser polizei oder allgemein frankreich die die werden upgradet aufgerüstet sie kriegen neue materialien neue gerätschaft neue waffen neue alles und das ist ja das was ja da ist auf der einen seite will man die bevölkerung entwaffnen hat man hier in europa eu und in schweiz auch hingekriegt mit dem neuen gesetz dass man da schwieriger an waffen kommt oder waffen abgeben muss und und auf der anderen seite werden die polizei das militär upgradet also da heißt wenn man davon ausgeht dass der staat etwas vorhat etwas zu tun von dem sie bereits schon ausgehen dass das volk das nicht akzeptieren wird müssen sie eine geschichte erzählen was dann wiederum zum vorteil für sie dient schlussendlich und vielleicht mag man sich noch daran erinnern wie sie da irgendwo mal betonblöcke bundeshaus bern bern da baupläne zeigen das bundeshaus wird zugepollert nach jahrelangen provisorischen sicherheitselementen zu großanlässen soll die sicherheit vor dem vorderen bundeshaus eingang jetzt dauerhaft erhöht werden der vorgang zum bundeshaar bern geschützt vorangriffen ungeschützt ist jetzt ungeschützt also thesis 13 granit poller und 4 metall pfosten sollen in zukunft den bundeshauseingang schützen dies ist einer nun publizierten baueingabe zu entnehmen hier sieht man beispiele wie diese poller aussehen könnten aber eigentlich kommen dann diese die sind die provisorischen und die kommen dann die sind auch tiefer in den erden drin und selbstverständlich kann man ja vorgelesen haben wir das sind die temporären poller und so sehen dann die aus die da hinkommen sollen und man kann jetzt natürlich auch sagen okay gut wir wollen sicherheit wenn da irgendein typ mit dem lastwagen da rein fährt wollen wir als passanten geschützt werden aber auf der anderen seite wollen sie auch diese bundestypen da in berne oder all die die da rein und raus gehen wollen sicher sein das ist jetzt noch eine harmlose variante wie man etwas machen kann um sogenannte sicherheit zu steigern oder eben man kann die polizei aufrüsten damit sie dann besser bewaffnet sind um allfällige Gefahren entgegen zu wirken und diese Gefahren sind für den Zeitungsleser oder diese Mainstream Konsumenten ja real weil sie lesen ja in der Zeitung da gibt es Terroristen Selbstmörder und Co und wir würden jetzt hier die These aufstellen es gibt keine Terroristen weil wenn es Terroristen gäbe dann würde ja jeden Tag irgendwo einer einen Terroranschlag machen oder einen Terrorist ist wohlbemerkt aber das sind keine professionellen Terroristen also sie verdienen ihr Geld nicht damit sondern sie werden nur beauftragt kurzfristig von irgendwoher um irgendetwas zu machen weil Ebbes ein Teil der Agenda ist und damit tun sich sehr viele schwer dass diese Mass Shootings wollen wir jetzt nicht sagen dass sie nicht statt finden aber die sind alle konstruiert man spricht da auch von Terror Management ist eine Theorie nach Wikipedia die Terror Management Theorie ist eine Theorie innerhalb des Sozialpsychologen Forschung zum Thema Angst vor dem Tod hier haben wir Emotion Angst sie befasst sich mit typischen Reaktions Mustern die Menschen im Umgang mit Todesangst und Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit Terror entwickeln und das wäre ja auch wenn wir da vor dem Bundeshaus stehen und ein Lastwagen rast in die Menschen Menge dann haben wir Angst vor dem Tod weil es ist ja auch noch vollziehbar dass man sterben könnte wenn da so ein Lastwagen kommt und deswegen muss man da Poller hinstellen und auch diese Mass shooting das gab es ja mal in Berlin nein es war nicht Berlin es in Wien kurz vor einem Abstimmungswochenende wo es eben genau darum ging und in der Schweiz hatten wir das auch damals ging es um das sogenannte PMT Schießerei in der Schweiz ja hier Schusswaffenansatz der Polizei in der Schweiz aufgrund von Schusswaffen okay Chronologie Amokläufe in der Schweiz das ist ein alter Artikel Einführung ja in der Schweiz etwas weniger aber die Schweizer sind ja eh schon gehörig PMT PMT polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und hier sehen wir den Widerspruch wenn man im Gesetz den Mord verbietet wird das den Mord nicht verhindern und dasselbe ist auch hier polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus diese Maßnahmen werden den Terrorismus nicht verhindern weil eben es gibt keinen professionellen Terrorismus es gibt keinen eigentlichen Terrorismus der Terrorismus kommt vom System das ist jetzt hier die Behauptung Manufactured Terrorists also eine Gefahr dann die Polizei muss aufgerüstet werden und die Synthese ist Removal of Freedoms hatten wir ja auch im 2020 da hat man 5G etabliert da hat man den Mikrochip etabliert da hat man die Gen-Modifikation implementiert hat eine Geschichte erzählt von einem von einer Gefahr von einem Virus und hat dann die Maßnahmen eingesetzt den Faschismus quasi etabliert wo die Leute mit dem Finger auf diejenigen zeigten die da nicht die Hände gewaschen haben nicht die Gesichtszwindel an hatten und so weiter und so fort und dann die Synthese war Removal of Freedoms die Leute waren einverstanden damit dass man sie eingesperrt hat zu Hause sie waren sogar froh darüber dass man eingesperrt war und sie haben sogar aufgefordert dass alle anderen sich auch einsperren sollen Transfer of power from too many to a few das haben wir gesehen also die demokratie die direkte demokratie wurde über den haufen geworfen und die Macht die power wurde konsolidiert direkt zum bundesrat man hat das parlament quasi ausgehoben und so funktioniert die hegelianische dialektik in der politik hier mit einem einfachen beispiel genannt und dann sieht man dann auch diese grafik wiederum etwas anders wenn man ein system of the universe uni 1 first ein vers also eine strophe oder eine linie eine linie und wenn alles auf einer linie ist ist alles online und da geht es ja auch hin das wäre dann neben dieser agenda das Ziel dass wir alle mit Grafenoxid ansteuerbar sind durch die Antennen dass wir vielleicht sogar noch ein Mikrochip bekommen der wird freiwillig sein und dass wir dann alle online sind das Internet of Thing und das ist auch der Grund warum dann überhaupt 5G so dicht aufgebaut hat damit all diese Dinger da auch Connection haben man spricht ja schon seit Jahren davon von diesem sogenannten autonomen Fahren was ein Widerspruch ist schon Vorspringe ja die Universe das System of the Universe alles geht dahin und da gibt es die Logik die Natur also das Material und den geistigen Aspekt und die hegelianische Dialektik genau eben deswegen weil er Hermetiker ist ist diese hegelianische Dialektik so erfolgreich erfolgreich und effektiv Texte von hegel dazu da gibt es Verweise nach Bücher wiederum das Dialektik dieses Dreieck in anderer Konstellation Religion Vorstellung der Wahrheit Theologie also hier geht es darum was ist die Wahrheit Ethik Moral diese Glaubenssätze dieser innere Antrieb mit der man die Leute manipulieren kann was grundsätzlich der Sinn und Zweck von der institutionalisierten Religion ist Massenkontrolle es geht nur um die Massenkontrolle Religionsbegriff Begrifflichkeiten endliche Religion dann das Dreieck anders dargestellt drei Teile der Wissenschaft Naturwissenschaft Materialien Logik Wissenschaft des Denkens des Geistes Geist Wissenschaft des Menschlichen und wenn man die hegelianische Dialektik einfach mal so plastisch vor sich sieht wie wir es vorhin bezeichnet hat macht dieses Diagramm schon deutlicher dass hinter dieser hegelianischen Dialektik einiges mehr steckt als einfach nur eine Behauptung der Geist bei Hegel reiner Geist an sich Seins das erste hermetische Gesetz alles ist geistig der Geist ist alles Entäußerung spannendes Wort ist Anderssein Natur Wirklichkeit Entäußerung ist ein philosophischer Begriff der unter anderem von Hegel Fichte Schelling und Marx geprägt wurde also ist Hegel ja nah bei Marx und Marx hat die Hand versteckt Schelling Herziger er ist verwandt mit dem Begriff Vergegenständlichung besitzt aber auch Aspekte des Begriffs Entfremdung okay Anderssein Entfremdung Natur Wirklichkeit also das Leben ist anders Wird sich im Menschen sich selbstbewusst absoluter Geist an und für sich Das ist das Selbstbewusst Selbsterkenntnis Dann Hegelian Dialectic Model Thesis a proposition also etwas für etwas sein man will etwas da gibt da gibt es eine Counter Thesis das wäre dann wenn wir die Diskussion von der Arena nehmen wo Berset diskutiert hat wegen Maskenpflicht und nicht Maskenpflicht die einen sagen ja wir wissen Masken tragen weil sie schönst du es dann kommt der Koch der Glatzkopf und sagt die Masken bringen nichts sie schützen nicht und ja doch wir wollen jetzt Masken und dann war dann halt die Thesis Synthese die Einigung dass wir eben Maskenpflicht haben in der ÖV und in Innenräumen und da haben wir dann in der Schweiz quasi gewesselt von der direkten Demokratie zur gelebten Demokratie und da gab es natürlich auch viele die haben dann gesagt ja das ist super das ist super toll und wir müssen uns schützen und jeder der ohne Maske in der ÖV ist der ist blöder der ist der bringt mich um der steckt mich an und die Antithese war dann ja beweist das mal dass das ansteckend ist beweist doch mal dass die Maske nicht was bringen weil der Glatzkopf Koch hat ja gesagt das bringt gar nichts und dann geht das immer so weiter und dann eben diese Antithesen gab es einige die haben gesagt ja das ist doch Faschismus das ist und das ist es ja eigentlich auch Demokratie ist Faschismus man könnte sagen in der direkten Demokratie kann man noch davon sprechen dass es um eine Mehrheitsfindung geht aber wenn dann die Mehrheitsfindung die Minderheit die Demokratie verliert die Minderheit immer dann unterdrückt wird und von ihnen dann gefordert wird dass sie da doch mitmachen dann 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 es eben Faschismus alle laufen in die gleiche Richtung es ist die Bündelung die Fasse und alle gehen in die selbe Richtung das ist Faschismus das System Dialektik These Antithese Synthese in der Wechselwirkung dann gibt es Jin Jin der Geist das sein herrloch herrloch dieses Beispiel Jin kennt ihr vielleicht Jin der Jin phönetisch Jin 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 Ein Dämon Spirit sein der Geist mit Wasser wo nütisch und der Gin Tonic wird so etwas im Prozess setzt sich bis ins unendliche fort eine Synthese noch nicht die ganze Wahrheit wird zur neuen These und entsprechende Antithese bis zur absoluten Idee Weltgeist Spiritus Spirituosen und spannend ist ja auch das Wasser ist nichts weil das Wasser ist eigentlich die Lebensgrundlage überhaupt und ist eben nichts dann dann das hatten wir schon mal wenn Wasser mit Feuer zusammen kommt ist die Synthese Dampf politische Geschichte Lehre des objektiven Geistes das wäre dann eben das was wir vorhin gehabt haben in der Politik da gibt es das Individuum also Individ Divide in der Teilung gespalten absoluter Geist zeitlose Kunst Religion Philosophie ist absoluter Geist dann gibt es da irgendetwas wie eine Vernunft mag Ablauf als unvernünftig empfinden deswegen geht man da um die Politik herum großer weltgeschichtlicher Prozess verläuft nach Dialektik und dann gibt es die absolute Idee ja wir wollen den Faschismus und dann kommt der neue Geist der neue Weltgeist und in der neuen Welt wird bei der ersten Pandemie weil man ja schon so gut eingespielt ist machen wir da dann einfach wieder mit und das ist bereits schon Vernunft als Vernunft anerkannt ja ja das ist wieder eine Pandemie unterwegs dann machen wir wieder dasselbe wie auch schon ist ja völlig vernünftig Regulierend Dialektik dann ein anderes Beispiel Gegensätze Thesis advocating the rule of money private property is wholly free market liberal der Kapitalismus wenn man so will und die Antithesis ist advocating class struggle private property is robbery and planned economy anti liberal also das wäre dann der Faschismus Kommunismus und der Wandel der Wandel war ja dann der Faschismus die Synthese advocating the rule of natural aristocracy abolishing social classes with the doctrine of races das macht keinen Sinn enables but limits private properties advocates central planning recognizes individual rights but subordinates individual interest to the folk to the folk dann problem solution action problem reaction solution value learn how to craft powerful und persuasive messages using pioneered by also da kann man da so etwas lernen wie man das ordentlich und professionell macht also hier ist persuading ist da eine Form von Täuschung dann model for your messages problem solution and action center for health try this model to creating and sharpening your key messages condense your issue into three media messages the problem also das Problem die Lösung und die Aktion also man erzählt die Geschichte von einem Problem man hat die Lösung wartet aber auf die Reaktion des Volkes bis sie dann nach einer Lösung fordern dann präsentiert man die Lösung die man eigentlich schon bereits im Petto hat weil die Agenda läuft ja und fordert dann nach Aktionen auf fortune effective problem solving strategies das kann man lernen wie man da Probleme löst definiere ein Problem also wenn da noch kein Problem ist mach eins definiere es beschreibe es visualisiere es zeige Bilder also wenn wir da das Problem vom oh mein Gott wenn man da das Beispiel des menschen gemachten Klimawandels nehmen will dann definiert man dieses Problem und das Problem ist der böse Mensch der macht diesen Klimawandel und das ist schlimm CO2 und halt das Problem ihr kennt die Geschichte der Threat die Gefahr die Bedrohung und visualisieren also man zeigt da dramatische dramatische Bilder von 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 Klimawandel ja er da der ist ja total der ist ja einer dieser dieser Familien die ja eben schwach dass es da keine Bilder gibt aber ihr wisst auf was wir da hinausgehen wollen all diese dramatischen Bilder die sie da gezeigt haben vom Klimawandel von Überschwemmungen und all das Ganze und die Ausbeutung der Erde das findet ja statt aber er ist ja einer von diesen von diesen Kapitalisten die das überhaupt erst umgesetzt haben und wer das nicht glaubt kann das sogar auf Wikipedia nachlesen damit er überhaupt schon da reinkommt muss er ja schon bei den reichen sein in einer reichen Familie ja irgendwo hatten wir mal Bilder gesehen von seinem Elternhaus ja er ist demokratisch in der demokratischen Partei was ja auch vieles aussagt nehmt sich selbst umweltschützer nehmt sich selbst umweltschützer obwohl er unternehmer ist okay repräsentantenhaus hochzeiten typico ja wollen wir uns da nicht also sie ablenken also eben das Problem visualisieren dramatische Bilder zeigen das funktioniert draw a diagram of the problem das sind all diese Klimawandel Diagramme climate climate change diagram IPCC da solche Sachen IPCC ja solche Sachen solche Sachen mach alles roter damit jeder sieht oh es wird wärmer weil rot wird als warm wahrgenommen und empfunden oder ja da so und dann oh die ganze Welt visualisieren break the problem into smaller pieces also wir müssen jetzt unbedingt Solaranlagen auf die Däsche montieren wir müssen auch Strom sparen weil Energie Problem wir müssen halt all diese komischen Dinge die sie da veranstalten Elektroauto Elektromobilität Mobilität redefine the problem mach es neu das ist sehr spannend das muss man sich verstanden was muss man verstanden haben ursprünglich hieß es Erderwärmung und dann wurde es zum Klimawandel dann wurde es zum menschengemachten Klimawandel und jetzt nennt es sich Klimakrise also immer wieder solche neue Beschriftungen das gibt es auch bei der Gleichberechtigung ursprünglich hat es gut angefangen dass beide Geschlechter Männli Weibli gleichberechtigt sind vor dem Gesetz im Arbeitsrecht wo auch immer gleiches Recht haben dann wurde dann irgendwann mal Gleichberechtigung Gleichstellung man stellt beide Geschlechter gleich da könnte man noch meinen ja okay beide haben denselben Stand wäre ja auch nicht daneben aber dann geht es jetzt um diese Gender Identität also das Eliminieren des eigentlichen Geschlechts ja we'll define the problem so dass niemand mehr draus kommt um was es denn da eigentlich wirklich geht collect and organize information about the problem also das sind diese Fakten Faktchecker work backwards the clipping method use your past experience okay was ist das facilitator a person or thing that makes an action das werden die Gräte die Klimagräte ja consider a trial and error man könnte ja das noch versuchen und das andere noch versuchen ja wir könnten ja jetzt Energie sparen damit wir das noch könnten machen hat dann nicht die Energie Probleme gelöst die wir haben und nein develop a decision matrix for evolution es gibt nur noch diese eine Lösung ihr müsst euch alle chippen ja aber so funktioniert das und das kann man lernen als Karriere problem problem solving strategies dann as ASQ was ist das professional 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 network tool solutions help members advance the product services and industries also marketing mäßig wahrscheinlich schon fast und da kann man auch lernen wie man probleme löst was ist da los define the problem generate new ideas ideen wie man diese probleme lösen kann evaluieren irgendwelche lösungen implementen evaluate und weil auch das ein zyklus ist auch weil das ein zyklus ist wird es immer weiter gehen es wird immer weiter gehen Ursache Wirkung Ursache Wirkung es wird immer weiter gehen es hört nicht auf und je mehr dass wir da mitmachen bei all diesen konstruierten problemen desto mehr Probleme wird es geben weil es ja immer lösungen gibt die neue probleme kreieren der hegelian dialektik problem reaction solution the better understand the new world all the strategy behind the crisis as we experience it is important you first understand problem reaction solution or the hegelian dialectic from the german philosopher kommt auch aus deutschland Hitler kammer aus Österreich it is dated by Heinrich Moritz Kaleböse thus comprising three dialectic stages of the development the thesis given rise to its reaction and the antithesis which contradicts or negates the thesis and the tension between the two of being resolved by means of a synthesis also grundsätzlich haben wir hier die thesis die antithesis respektive die antithesis negiert die thesis also spaltung teile und herrsche nichts neues problem reaction david ike explains the manipulation technique he calls problem reaction solution was eigentlich nichts anderes als die hegelianische first the problem is created also man kreiert irgendein problem was gar nicht ist und designed designed to elicit a certain man sorgt dafür dass da eine bestimmte response eine eine antwort eine reaktion eine ganz bestimmte reaktion von der öffentlichkeit daherkommt das sagt der glatzkopf koch die masken bringen nichts aber weil die die leute ihm nicht zuhören und ihnen schon die idee von der maske schützt einen in den in den kopf gepflanzt wurde schreit die öffentlichkeit maskenpflicht also maskenpflicht kommt then the people demand something to be done about the problem and willing accept to preplan new world order solution also wir sind alle einverstanden gewesen dass dass dieses böse virus dass wir jetzt zu hause sein müssen und bleiben müssen lockdown alles ist still gestanden die einzigen die wirklich noch immer am arbeitern waren waren diejenigen die die 5G antennen aufgestellt haben oder montiert haben konnte man beobachten man kann es auch als übersensibel bezeichnen oder was auch immer haben wir gesehen diese penetration diese wiederholung von von diesem mantra coronavirus tödlich gefährlich bla 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 und dann durch das wiederholen haben es dann die leute dann irgendwo geglaubt der problem could be anything a war financial collapse läuft alles a rash of child abductions auch passiert es ist in der Zeitung gestanden dass da ukrainische Kinder entführt wurden or a terrorist attack das kommt auch immer wieder mal vor the power of the media can create the false perception that a big problem exists even if it doesn't das ist genau das diese wahrnehmung diese täuschung durch die medialen Einflüsse und da sieht man auch wo die Macht hineingesteckt und das ist dasselbe mit dem Zauber wenn man doch weiss dass man während der Corona Zeit ich Angst habe vor diesem bösen Virus aber habe nie gesehen und es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis Evidenz dafür für die Existenz dessen und ich trotzdem Angst habe muss ich doch oder muss ich doch eines Tages mal fragen woher kommt denn diese Angst weil man entscheidet sich für die Angst die Angst kommt nicht einfach so man erschreckt das kann durch einen Impuls ausgelöst werden aber die Angst als solches ist eine Entscheidung und wenn ich mich ja dann entschieden habe Angst zu haben wegen einem bösen Virus und zu lange in der Angst bin dann ist das nicht gesund und wahrscheinlich haben das alle bemerkt die die in der Angst waren oder auch die die Menschen in ihrem Umfeld hatten die in der Angst waren wie sie degraded in sich zusammen verkümmert sind innerlich also wenn man das ja nicht will muss man doch herausfinden was war es wer hat mir etwas gegeben was mich dann dazu gebracht hat mich für die Angst zu entscheiden und wenn man das erkannt hat dann lässt man die Finger davon und lässt es damit man beim nächsten Mal nicht schon wieder in die Angst hineingeht weil auch nur schon die Klimakrise es ist der letzte Augenblick da hat ja die Klimagrete vor fünf jahren irgendetwas gepostet auf twitter und diese fünf jahre sind um und es ist nicht eingetreten angstmacherei dann give up your rights it's for safety ja für deine sicherheit bleib zu hause sperr dich ein geh nicht mehr raus geh nur aus wenn es unbedingt sein muss ja es macht irgendwie dann auch sinn ja wenn ich zu hause bin da werde ich nicht angesteckt ist hier detailliert beschrieben wir werden das in einem einzelnen video dann noch machen wenn wir wenn wir diese hegelianische dialektik auseinander nehmen problem action solution und da wirklich konkret mit einzelnen beispiele hervorkommen um die awareness zu steigern wie das ganze funktioniert wie sie implementiert ist wie das funktioniert wie wir da mitmachen wie sie mitgemacht haben und was wir tun können oder müssen damit das ganze aufhört dieser zauber aufhört diese manipulation diese massen manipulation und selbstverständlich kann man sagen okay gut wenn ich jetzt da raus falle aus dieser hypnose und selbst nicht mehr hypnotisiert bin kann ich ja trotzdem immer noch beobachten wie da hunderttausende hypnotisiert sind aber da sind eben die universellen gesetze relevant wenn man die verstehen will weil wenn ja schon der hegel ein hermetiker ist oder das hermetischen prinzipien folgt dann können wir das auch aber für die andere richtung nutzen und zwar haben wir eine deutsche variante wenn wir hier schauen gesetzte mentalität das universum ist mental the all is mine gesetzte ansprechung die verhältnisse im universum makrokosmos entsprechen dem nach denen im individuum mikrokosmos und umgekehrt gesetzte schwingung alles ist in bewegung nichts ist steht still polarität gesetzte polarität alles ist zweifach alles ist polar gesetzte rhythmus alles fließt ein und aus alles hat seine gezeiten der ausschlag des pendel nach rechts ist das maß für den ausschlag nach links der rhythmus gleicht aus gesetzte kausalität jede ursache hat eine wirkung jedes phänomen hat seine ursache alles geschieht gesetzmäßig zufällig ist nur begriff für ein unerkanntes gesetz es gibt viele ebenen von ursachen aber nichts entgeht dem gesetz gesetz des geschlechts alles trägt sein weibliches und männliches prinzip in sich geschlecht offenbart sich in allen ebenen da gibt es ein pdf kann man lesen wenn man will und da gibt es auch audiospuren können wir empfehlen da rein zu schauen wir werden das ebenfalls bei den quellen angeben damit ihr da selbst reinschauen könnt in diesem Sinne sind wir am Ende dieser Episode sind noch genau zwei Stunden ja wir sehen uns beim nächsten Mal besten Dank fürs Zuschauen Sie ja mit das Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.